Hallo und herzlich Willkommen bei Farquay Primal, in dem wir in der letzten Folge Woga den Handwerker in unser Dorf gebracht haben, seine Hütte gebaut haben und noch ein bisschen geskillt haben, habe ich, ja, was können wir denn mal machen? Ich möchte mal gerne ein paar Tiere zähmen, wie zum Beispiel, oder ein Braunbär, Säbelzahntiger und die kann ich dann ja auch reiten. Hm, wo können wir das mal probieren? Wir können mal wieder hierhin reisen und versuchen mal den Säbelzahntiger nochmal, was ich ja beim letzten Mal auch schon versucht hatte, aber er hat ja auch eine Mission. Meistens sind ja, ich hoffe, die sind nicht immer so zweit, das wäre so ein bisschen blöd. Naja, wir schauen mal. Dort drüben, okay. Dieses Gebiet kennen wir ja ganz gut. Wie sieht das im Wasser aus? Das ist ein Krokodil. Aber hier ist erstmal nix. Was ist das? Ist das schön? Ist das ein Blut von Oros da vorne? Sowas brauchen wir ja auch. Irgendwas ist hier, ne? Achso, das ist aber nichts. Ich höre hier irgendwas. Was ist hier los? Was soll denn hier sein? Warum ist das so blau? Ich weiß es nicht. So, wenn der Fels mit eins spricht. Aber ich kann doch nix machen. Ich höre irgendwas Großes. Einen Höhlenlöwen habe ich da hinten gesehen. Weiß hier noch ein Säbelzahntiger. Erstmal, was habe ich hier eingestellt? Okay. Das gibt eine gute Gesundheit wieder. Aber nur mit acht Blättern, ne? Das ist auch ein bisschen blöd. Wenn die zu nahe gehen, dann muss man natürlich aufpassen. Was soll denn hier? Ich höre was. Was ist hier los? Einen Höhlenlöwe, ne? Was ist hier? Äh. Ich will was Großes haben. Was ist der Leuwe, der Jagd? Was ist der Leuwe, der Jagd? Was hat denn hier einer erledigt? So. Hoffentlich keiner von uns. Ich bin hier so mitten im Jagdgebiet, wa? Ja. Ja, ich war das auch, ne? Ist klar. Wo seid ihr, meine lieben Freunde? Ich kann mich ja schon ein bisschen davon entfernen, ne? Wo kommen die nur bei Nachts? Na ja. Die möchte ich aber looten, danke. Aber wieder einen mehr in unserem Dorf. Okay. Was ist hier? Können wir auch gebrauchen, glaub ich. Drei Stück, wa? Ein richtiger Scharfschütz. Manchmal klappt das ganz gut, wenn man die Ruhe bewahrt. Ja. Ich will aber... Ich will aber jemand zähmen. Hallo. Ich tue nur als Schwarzstein. Okay. Wo bin ich denn jetzt hier wieder? Achso, hier können wir noch einen... ... ... ... Postenposten erobern, ne? Das können wir ja auch mal zur Not machen. So, wenn man wenigstens irgendwas macht. Wie ich die Mammuts... ... Jagen soll und so, das weiß ich auch nicht. Reiten oder whatever, ne? Stell mir einfach so rein, wa? Zack. Obwohl, ich könnte ja mal einen Pfeil anzünden, ne? Können wir ja auch mal machen. Oh, irgendeine... Gibt es hier auch Alarm oder was? Ich weiß es nicht. Scheinbar. Oh, das sind so komischen. Boah, es sind überhaupt nicht viele oder so, ne? Ich muss mal meine Bessie rufen, Mann. Wir räumen ja einigermaßen auf, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Man kann nicht mehr... ... ... ... ... 615, auspassend. Ist halt auch immer gut für Belohnungen, für XP, für neue Rohstoffe, für Schnellreisen. Ist ganz gut. Und für neue Bevölkerung. Ja, alle looten, wo sind denn immer alle? Es waren aber wieder einige. So, jetzt ist es schon mal ein bisschen nachts geworden, ne? Vielleicht finden wir da nochmal ein paar Viecher, oder? Ich meine, so auf Jagd gehen oder so auf... Versuchen, dass man jemanden zähmt. Tier, kann man immer mal machen. Ich komme hier nicht durch, wieso? Aber natürlich, wenn irgendwas zu lange dauert, möchte ich natürlich auch ein bisschen in der Story vorankommen, das ist ja auch klar. Jetzt habe ich nie gedacht, wie eine komische Mission. Aber diese kleinen Kack-Missionen, ne? Die Missionen. Musik Musik ja die freuen sich immer über meine bestie so hier gibt es wölfe und so ähm wie das überhaupt aus so in den bestien roten haben wir noch gar nicht könnte doch noch mal oder normale wölfe team weil ich glaube um den jacks und oder um den höhlenbär zu ziehen zu können die fähigkeit dass man die überhaupt hat habe ich gelesen muss ich noch drei tiere zähmen gut die gibt es noch genug seltener schwarzer löwe er hat säbelzahntiger braunbär mann haben der säbelzahn schneeblut wolf wie sie anhört aber hier gibt es zum beispiel wölfe habe ich noch keinen normalen wolf ne hab ich nicht ne ich habe ja nur den hier den weißwölf das hätte ja schon mal längst machen sollen ja mal gucken ähm aber die laufen ja auch nur zu mehreren rum das ist ja auch das bedingt ne aber hier ist noch das gebiet ja was liegt denn hier rum brauchen wir alles diese dinge tun ja nordton bär 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 da kann ich gar nicht ziehen Kann ich die nicht ziehen? Scheiße. Oh, das geht wieder in die Huse. Oh, nein. Okay. Was da ist los? Was war es denn für einer hier? Höhlenbeeren? Ne, die können wir noch nicht. Schade. Die sind auch sehr schwer. Oh, ne, die sind noch mehr. Komm, hau ab. Da war ein bisschen was getötet. Hallo, mein Freund. Ihr frisst schon. Ich halte dich auch mal so. Komm. Das sind diese Großelche und so. Oh, Mann. Ich will alles haben, alles schaffen. Sind wir schon ein Gebiet weiter? Wie dann die? Aber es ist ja natürlich immer alles ein bisschen größer. Ich komme mich ja wohl runtergerutscht. Dann nehme ich das mit. Oh, nee. Ich will denen ja nichts tun hier. Kann ich ja nicht aufsetzen? Ja. Da waren gerade Wölfe, ne? Ist echt witzig. Ich setze mich mal ab. Die Bestie. Ich soll weg. Erstmal. Ich will auch einen Wölf hier haben. Beziehungsweise ich muss noch mal ein paar Tame. Das klappt ja alles super, ne? Sind ja auch immer zu mehreren, leider. Hallo. 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 Das klappt ja alles super, ey. Wieso klappt das denn nicht hier? Komm her, mein kleiner. Wieso klappt das denn nicht hier? Oh, alter. Jetzt aber, du. So ein blühen Wolf. Ich will aber einen Säbelzahntiger. Noch dazu. Okay, jetzt habe ich zwar den. Nur gedöhnt hier. Höhlenbär, das schaffe ich auch alles nicht. Das nehme ich denn mal lieber. Ach ja, das ist anstrengend, ey. Wo sind die Säbelzahntiger, wenn man sie braucht? Sieht auch ganz nett, ja. Ah, da wollen wir nicht zu viel Fleisch verbraten. Was hier wieder ist, ich weiß es nicht. Was ist das? Schiefer, achso. Das sagt, dass wir wieder so Nordton oder was ich was. Da höre ich was. Aber das hört sich eher an nach einem Löwen. Da. Da. TIGRI rufen die. TIGRI ist gut. Ja, du bist der richtige TIGRI. Oh nein, nicht... Oh, das ist doch nicht... Das ist nicht wahr, ey. Kaum finde ich einen, ne? Es war auch nur einer. Hoffentlich kommt gleich noch einer. Was hab ich denn hier so schönes? Da nehme ich mal mit. Das auch, das ist mal ganz wichtig. Okay. TIGRI, TIGRI, boin TIGRI. Paar Köder hab ich auch. Boah, die sind aber schwer zu zähmen. Mann, komm. Ja, ich weiß, dass ich die zähmen kann. Aber wie? Der ist so stark, ey. Wie soll ich das denn schaffen? Der frisst ja so schnell. Ist der jetzt hier noch? Schöng, was aber... Ja... Greif mich bloß an, du kleines Wildschwein. Jetzt ist er weg, oder was? Was? Schau, wenn man den als Partner hätte, ne? Und den als Bestie, ey. Ach, Mann. Wie soll man das denn schaffen? Jetzt sind ja wieder zwei, ne? Die machen so ein Damage, ne? Die machen so ein Damage. Oh, ne, ey. Das ist... Keine Chance. Keine Chance. Jungs. Ach, ich lass es einfach bleiben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Malabar. Malabar.